Ja, unlogisch. Eine meiner Lieblingsstellen aus dem Buch von Konrad Bayer von 1962, von 1958. Weil du heute da so mit mir, die ich da, du weißt schon. Franz, in meiner Hand liegt eine Kugel. Es wird dunkel. Was ist eine Kugel? Was ist eine Hand? Was kann man mit einer Kugel und einer Hand anfangen? Franz zuckt teilnahmslos mit den Schultern. Gestern war es sehr heiß. Ich lasse die Kugel zu Boden fallen. Sie springt empor und fällt. Jetzt liegt sie still vor meinen Füßen. Franz hat die Augen geschlossen. Es riecht nach verbranntem Papier. Weiß und schwarz, Papier und Asche. Ich erinnere mich, dass Franz einmal die Augen öffnete und mich ansah. Vielleicht habe ich mich getäuscht. Ich hätte Lust, ihn hier allein sitzen zu lassen. Es ist 20 Uhr. Ich habe Hunger. Franz ist ganz weiß. Er hat weiße Hände. Eine weiße Nase. Weiße Lippen. Und weiße Haare. Sein Anzug ist weiß. Seine weiße Krawatte ist sorgfältig geknotet. Meinetwegen soll er hier sitzen bleiben. Ich werde diese Tür aufmachen und das Zimmer verlassen. In meinen Schuhen steht heißes Wasser. Große Blumen zerplatzen in den Wolken. Über meine Hände läuft der Schweiß. Mein Hemd klebt am Rücken. Ich öffne den Kragen. Meine Augen sind mit weißem Salz verklebt. Es riecht nach verbranntem Papier. Ich schlage mit den Fäusten gegen die Türe. Franz öffnet die Augen. Er ist ganz ruhig. Seine Augen sind ein wenig verklebt. Und er sagt, setz dich. Seine Stimme ist ganz ruhig. Ich höre seine Stimme. Sie sagt, setz dich. Es ist eine ruhige Stimme. In einem weißen Anzug. Franz steht zwischen den weißen Wänden. Er dreht mir den Rücken zu. Sein weißes Hemd klebt an seinem weißen Körper. Er nimmt die Kugel vom Boden. Er hebt sie empor, als ob sie ohne Gewicht wäre. Ich sitze und öffne die Augen. Und ich sehe Franz. Und ich sehe Franz. Es ist unerträglich hell geworden. Franz ist ganz weiß. Ich werde bleiben. Der Schweiß läuft mir in die Schuhe. Ich lasse die Hände fallen. Sie hängen ganz ruhig. Vor mir brennt eine weiße Flamme. Ich presse meinen schwitzenden Leib gegen die glühenden Wände. Mein Rücken dampft. Die heiße, weiße Flamme trennt mich gegen die Wand des Zimmers. Die ruhige Stimme sagt, setz dich. Das Zimmer ist ganz weiß. Es riecht nach verbranntem Papier. Der beißende Rauch treibt mir das Wasser in die Augen. Ich kann nicht mehr atmen. Ich kann nicht mehr atmen. Der Husten treibt mir den Schweiß aus den Poren. Der Rauch brennt in den Lungen. Ich bewege mich langsam. Ich hebe die Hände, als ob sie ohne Gewicht wären. Vor mir brennt eine unerträglich heiße, weiße Flamme. Ich schlage mit der Faust gegen die Wand. Eine Stimme sagt, ruhig, setz dich. Es riecht nach verbranntem Papier. Meine Hände sind ganz weiß. Ich gebe zu, Franz ist Gott. Bravo! Wer will jetzt ein bisschen reden zu unseren Sachen? Laden wir jemanden ein, ein Wort zu sagen. Wobaut ich? Der ist ja schon im Programm. Der muss schon was sagen. Der muss doch ein ganz anderes. Sag ein bisschen was anderes. Wir haben ja jetzt über etwas geredet, was so in der Wiener Gruppe oder was so zurückliegt, weil es mit dem Franz zu tun hat. Und weil da ja irgendwelche Dinge berührt wurden oder Wurzeln da sind, die so, wo vieles gestartet ist.